Was ist dein Kindheit-Zelt? Boah, ich sag dir ehrlich, Bruder. Sasuke, ja? Von Naruto. Also, Sasuke. Mein Name ist Sasuke Oshia. Ich mag vieles nicht. Aber auf jeden Fall, du feierst mich? Ja, Bruder! Wie? Nein, ich bin Patrick. Ey, was bist du jetzt? Patrick oder Sasuke? Verdammte Scheiße, Mann. Ich bin Eric Cartman. Ich bin eigentlich Micky Maus. Oho, hallo, Leute. Ich bin's, Micky Maus. Ey, der kann für mich alles, ne? Zu krass.